Hallo und herzlich willkommen zu meiner Produktvorstellung des Harter Bundles. Kommen wir gleich zur Sache. Habt ihr euch nicht auch schon mal überlegt harter zu werden? Und dachtet es sei zu viel Aufwand? Dies gehört nun der Vergangenheit an, denn mit dem Harter Bundle könnt ihr ganz schnell loslegen. Es handelt sich hierbei um ein komplettes Bündel an Harter und Nesilien für den täglichen Harter Gebrauch, darunter zum Beispiel unzählige vorgefertigte Harter Kommentare. Diese erleichtern auch dem professionellen Harter den Umgang mit nervigen Kanälen, da ihr nun nur noch Kobi und Peste benötigt, um einen Kanal zu harten. Es handelt sich hierbei um handerlesene Sprüche unterschiedlichster Art und bester Qualität. Darunter sind zum Beispiel Genie-Streiche wie Gegen deine Videos wirkt die Tagesschau wie ein Oscar-Premierter-Hollywood-Film und Lass es dir eine Ehre sein von mir gehartet zu werden, mohahaha. Es sind aber auch Klassiker vertreten wie zum Beispiel Schlecht mohahaha? Aber das ist nicht das Einzige was es bietet. So findet sich beispielsweise ein vorgefertigter Kanal-Hintergrund bei welchem ihr nur noch euren Namen eintragen müsst. Aber es sind auch Profilfotos für euren ganz persönlichen Harter-Kanal vorhanden inklusive eines animierten GIFs. Zu guter Letzt beinhaltet es auch noch die Regeln des ehrenwerten Harters die euch helfen ein guter Harter zu werden. Ihr fragt euch sicherlich wie viel das Paket kostet nun es ist umsonst und ihr könnt es euch runterladen. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung also worauf wartet ihr? Dieses Paket darf bei keinem Harter fehlen, ob Anfänger oder Profi dieses Bundle ist, ein Muss und derzeit außer Konkurrenz. Übrigens habe ich euch auch englische Harter-Kommentare angefertigt, damit ihr kleinen Harter auch nahezu ganz YouTube-Bestill sicher und länderübergreifend harter könnt. Sämtliche Dokumente liegen übrigens im Textformat vor, sodass sie von jedem Schreibprogramm geöffnet werden können, egal ob OpenOffice, MikroPennis, Microsoft Office oder Node-App hat. Und jetzt verschwendet nicht eure Zeit und ladet es euch runter. Euch erwarten unter anderem vier Seiten purer harter Kommentare und viel viel Spaß in Liebe euer Harters Palate. Ich hoffe es hat euch nicht gefallen. Also gebt mir einen Daumen runter. P.S. Eure Videos sind schlecht. Mhahaha.